Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes. Stromkreis des Kraftstoffverteiler Rohrdrucksensors A niedrig. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangmotordiagnose gilt normalerweise für die meisten Motoren mit Kraftstoffeinspritzung, sowohl für Gas als auch für Diesel seit 2000. Der Code gilt für alle Hersteller wie Volvo, Ford, GMC, VW und so weiter. Dieser Code ist streng besorgt darüber, dass das vom Kraftstoffverteiler Rohrdrucksensor eingehende Signal für eine kalibrierte Zeitspanne unter einen kalibrierten Grenzwert fällt. Dies kann je nach Fahrzeughersteller, Kraftstoffart und Kraftstoffsystem ein mechanischer oder elektrischer Stromkreisfehler sein. Die Schritte zur Fehlerbehebung können je nach Hersteller, Art des Kraftstoffverteiler Rohrdrucksystems und Art des Kraftstoffverteiler Rohrdrucksensors und der Kabelfarben variieren. Symptome Zu den Symptomen eines P0192-Motorkodes können gehören Störungsanzeigelampe Leuchtet Mangel an Macht Motor kurbelt an, startet aber nicht Ursachen Mögliche Ursachen für das Setzen dieses Codes sind FRP-Signal kurz nach SIG-RTN oder PWR-GND Beschädigter FRP-Sensor-Diagnose und Reparaturverfahren Ein guter Ausgangspunkt ist immer die Suche nach technischen Service-Built-Tanks, TSB, für Ihr bestimmtes Fahrzeug. Ihr Problem ist möglicherweise ein bekanntes Problem mit einem vom Hersteller herausgegebenen bekannten Fix und kann Ihnen bei der Diagnose Zeit und Geld sparen. Suchen Sie als nächstes den Kraftstoffverteiler Rohrdrucksensor an Ihrem Fahrzeug. Es könnte ähnlich aussehen wie dieses. Überprüfen Sie nach dem Auffinden die Steckverbinder und Kabel visuell. Suchen Sie nach Scheuern, Reiben, blanken Drähten, Brandflecken oder geschmolzenem Kunststoff. Ziehen Sie die Steckverbinder auseinander und überprüfen Sie sorgfältig die Klemmen, die Metallteile, in den Steckverbindern. Prüfen Sie, ob sie korrodiert, verbrannt oder möglicherweise grün aussehen, verglichen mit der normalen Metallfarbe, die Sie wahrscheinlich gewohnt sind. Sie können in jedem Teilelager einen elektrischen Kontaktreiniger kaufen, wenn die Klemmen gereinigt werden müssen. Wenn dies nicht möglich ist, finden Sie ein und 90%igen Alkohol und eine leichte Plastikbürste zum Reinigen. Lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen, holen Sie sich eine dielektrische Silikonverbindung, dasselbe Material, das Sie für Glühbirnenfassungen und Zündkerzenkabel verwenden, und setzen Sie einige dort ein, wo die Anschlüsse in Kontakt kommen. Stellen Sie als nächstes sicher, dass der Vakuumschlauch, der den Sensor mit dem Ansaugkrümmer verbindet, nicht undicht ist, falls verwendet. Überprüfen Sie visuell alle Vakuumschlauchanschlüsse am FRP-Sensor und am Ansaugkrümmer. Beachten Sie, ob Kraftstoff aus dem Vakuumschlauch austritt. In diesem Fall ist der Kraftstoffverteiler Rohrdrucksensor defekt. Bei Bedarf ersetzen. Wenn Sie einen Diagnosetester haben, löschen Sie die Diagnosefehlercodes aus dem Speicher und prüfen Sie, ob dieser Code zurückgegeben wird. Wenn dies nicht der Fall ist, waren die Verbindungen höchstwahrscheinlich Ihr Problem. Wenn der Code zurückkehrt, müssen wir den Sensor und die zugehörigen Schaltkreise testen. Normalerweise befinden sich drei Drähte am FRP-Sensor. Den Kabelbaum zum FRP-Sensor abklemmen. Für diesen Code ist es am einfachsten. Ein abgesichertes Überbrückungskabel. Das ist ein Überbrückungskabel mit einer Sicherung in der Leitung. Es schützt den zu Testenden Stromkreis zu nehmen und das 5V-Stromversorgungskabel mit dem Eingangskabel des FRP-Signals zu verbinden. Überwachen Sie bei angeschlossenem Diagnosetester die Volt des FRP-Sensors. Es sollte jetzt nahe an 5 Volt liegen. Wenn kein Diagnosetester mit einem Datenstrom verfügbar ist, prüfen Sie, ob der Code P0193 FRP-Sensor SircWi High Input jetzt eingestellt ist. Wenn einer dieser Fälle aufgetreten ist, sind die Verkabelung und das PCM in Ordnung. Das wahrscheinlichste Problem ist der Sensor selbst. Wenn alle Tests bisher bestanden haben und Sie weiterhin einen P0192-Code erhalten, deutet dies höchstwahrscheinlich auf einen ausgefallenen FRP-Sensor hin, obwohl ein ausgefallenes PCM erst nach dem Austausch des Sensors ausgeschlossen werden konnte. Vorsicht! Bei Dieselmotoren mit Common Rail Kraftstoffsystemen, wenn der Verdacht auf einen Kraftstoffverteiler Rohrdrucksensor besteht, sollten Sie den Sensor von einem professionellen Techniker installieren lassen. Dieser Sensor kann von selbst installiert werden oder Teil des Kraftstoffverteilers sein. In beiden Fällen beträgt der Kraftstoffverteiler Rohrdruck dieser Dieselmotoren im warmen Leerlauf im Allgemeinen nicht weniger als 2000 PSI und kann unter Last 35.000 PSI deutlich überschreiten. Wenn dieser Kraftstoffdruck nicht richtig abgedichtet ist, kann er die Haut aufschneiden und Dieselkraftstoff enthält Bakterien, die eine Blutvergiftung verursachen können. Vielen Dank!